Ich sage, es wird ein hochdramatisches 2-2. Ein 2-2. Dann lieber ein 4-4. Anstoß erfolgt. Hoffenheim von rechts nach links. In Blau mit weißen Hosen. Frankfurt gewohnt. In Schwarz in der letzten Woche sehr, sehr viele Chancen hergeschenkt für Leverkusen. Und Glück gehabt, dass da keine Tore gefallen sind. Und da lief es dann in der Offensive ähnlich. Nächster Riesenfehler. 1-0 Frankfurt. Natürlich Lara Prasnika. Fünfte Minute. Und leider macht Hoffenheim genau da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Im Passspiel. Den darfst du niemals so spielen. Und dann quer. So, da geht es jetzt drum. Links- oder Rechtsfuß. Naschenweng. Könnte es mit links machen. Oder Feldkamp mit rechts. Sieht nach Naschenweng aus. Ich sage Feldkamp. Ja, gut. Lattentreffer. Und drin ist er. Gut nachgesetzt. Im 2. Anlauf. Ich glaube, Tongus. Hoffenheim schüttelt sich und kommt zum frühen Ausgleich. Wir halten fest aufgrund der Chancenfülle. Nach einer halben Stunde müsste Frankfurt eigentlich führen. Aber Hoffenheim führt. Aber Hoffenheim führt. 31. Minute. 2-1. Eigentlich so ein bisschen die letzten 10 Minuten auf den Kopf gestellt. Hoffenheim ist zweimal vor dem Tor. Trifft zweimal. Und zweimal chancenlos. Tufekovic. Ich habe es geahnt. Da muss einfach der lange Ball kommen. Anjobi. Zack. Drin. 2-2. Und wieder aufgelegt. Von der TSG Hoffenheim. Ist der vierte oder fünfte. Krasse Abspielfehler hinten. Rumbiegel. Schön. Mal gewechselt. Da wo ein bisschen Raum ist. Wenig Druck ist. Naschenweng. Guter Ball für Köstler. Klasse mit Dame Köstler. 3-2 Hoffenheim. Genau so ist es. Genau wie in der ersten Halbzeit. Drangphase Frankfurt. Hoffenheim erst mal in Unterzahl. Anjomi. Reutela, von der wir noch gar nicht viel gesehen haben. Aber jetzt knallt sie das Ding rein. 3-3. Und genau in dieser Unterzahlphase. Oder nicht viel. Und dann straft sie mich lügen. Da hast du. Gegen die angeschlagenen Naschenwengen. Die natürlich diese... Ja, nächste Aktion. Laura Freigang. Andi Lotte. Hier das Spiel erfolgreich zu gestalten. Es ist am Ende ein Pünktchen, der Frankfurt natürlich deutlich mehr nützt. Und das war's. Fast acht Minuten haben wir nachgespielt. Ein 3-3. Was leistungstechnisch aber so in Ordnung geht. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.